Der Schulalltag im Mittelalter. Der Unterricht begann sehr früh morgens. Um das Tagslicht auszunutzen, kamen die Schüler von Sonnenauf bis Sonnenuntergang zur Schule. Im Sommer dauerte der Unterricht von 5 Uhr morgens bis 5 Uhr abends. In den Klassen waren Kinder aller Altersstufen. Die Älteren halfen den jüngeren Schülern. Der Schulmeister hatte einen Stuhl mit einer hohen Rückenlehne. Wenn der Lehrer ein Kind abfragte, trat das Kind nach vorn und sagte mit lauter Stimme seine Aufgaben auf. Die Erziehung an den städtischen Schulen war hart, mitunter grausam. Schüler, die ihre Aufgaben nicht gemacht hatten, mussten Strafen über sich ergehen lassen. Im Mittelalter glaubten die Menschen, dass sich die Schläge positiv auf die Schüler auswirken. Bücher waren im Mittelalter sehr teuer. Da sie von Hand geschrieben werden mussten. Ein Buch war im Mittelalter so viel wert, wie heute ein kleines Auto. Daher besaßen die Schüler in der Regel keine eigenen Bücher. Im Mittelalter gab es noch kein Papier, so wie wir es heute kennen. Daher schrieben die Schüler auf Wachstafeln. Die Wachstafeln bestanden aus kleinen Holzbrettern. Sie waren mit Wachs überzogen. Mit Griffeln konnte man Buchstaben oder Ziffern in das Wachs ritzen. Mit der flachen Seite des Griffels konnte die Wachstafel wieder geklettet werden, sodass sie neu beschriftet werden konnte. Die Schule war meist schlecht beheizt und nur unzureichend beleuchtet. Häufig mussten die Schüler Holz zum Unterricht mitbringen, damit der Klassenraum ein wenig beheizt werden konnte. Weil das Tageslicht, welches durch das Fenster in den Klassenraum fiel, nicht ausreichte, wurden Öllampen verwendet.